Hallo Mitmenschen da draußen. Sucht ihr gerade oder kennt ihr jemanden, der gerade eine Wohnung sucht? Der sich vielleicht vergrößern möchte, verkleidern möchte, der schöner wohnen möchte. Viele Familien suchen jahrelang. Auch ich kannte dieses Problem. Doch, schöner wohnen für Flüchtlinge in Berlin. Berlin, auf der Brache einer ehemaligen Gärtnerei an der Kirchstraße im Berliner Bezirk Pankow, wurde seit zweieinhalb Jahren gebaut. Jetzt sind die 61 Apartments fertig. Einziehen werden hier Ende des Monats Asylbewerber und Ukrainer. Normaler Standard der landeseigenen Gesobau-Wohnungen ist PVC-Laminat in Holzoptik. Hier gibt es aber auch Einbauküchen. Schöner wohnen für Flüchtlinge. Ganz sicher auch ein Objekt der Begierde für viele Wohnungssuchende in Berlin. Das verstehe ich gut, sagt Marc Seibert, 49, Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, LAF, zu BILD. Aber die Menschen, die hier wohnen werden, haben eine lange Reise durch Unterkünfte unterschiedlichster Art hinter sich. Und da hört man ja gleich raus, es ist völlig egal, dass du dein Leben lang Steuern zahlst in Deutschland. Und auch deine Familien, die hier bleiben werden, kann man nur hoffen. Oder ihr wandert aus mit genügend Geld. Dass Familien in Deutschland anscheinend nichts mehr wert sind. Es sind halt alle willkommen, nur man selber ist halt, ja, eine Luftnummer quasi. Egal, also, naja, es sind doch andere halt vor dem Gesetz, vor dem Rechtsstaat, gleicher als gleich. Das hier ist der Weg aus dem Leistungsbezug und nicht das Feldbett in der Halle. Die sieben weißen Häuser wurden aus Porotonstein dreigeschossig hochgezogen und verputzt. An der Dachkante hängen kleine Kästen. Denn auch Mauersegler bekommen Asyl. Wer hier einzieht, hat Sprachkurse hinter sich, braucht keine großartige Betreuung mehr. Hier ist es möglich, in diesem Land anzukommen, sagt Seibert. Sein Landesamt hat die Immobilien für fünf Jahre angemietet. Angaben zu den Kosten macht die Gesobau nicht, angeblich aus vergaberechtlichen Gründen. Haben die Bewohner einen Job, zahlen sie eine Gebühr ans LAF. Es ist Tag der offenen Tür, aber die Besucher tröpfeln nur. Eine Frau sagt, ich bin neugierig. Eine andere, ich bin skeptisch. Eine Kleingärtnerin von nebenan kündigt an, man wolle die neuen Nachbarn zum Sommerfest einladen. Noch im August sollen am Askania-Ring Spandau weitere 568 Plätze in Flüchtlingswohnungen an den Start gehen. Die sonstigen, einfacheren Unterkunftskapazitäten sind hart am Anschlag. Ankunftszentrum Reinickendorf. 523 reguläre Plätze und 21 Notplätze belegt. Ankunftszentrum Tegel. 4.704 Plätze belegt. Asyl. 903. Ukraine. 3.801. Verfügbar. 1.803. Reguläre Unterkünfte Landesamt. 30.938 Plätze belegt. Verfügbar. 369. Notunterkünfte in Tempelhof THF. 1.409 Plätze belegt. Verfügbar. 135 Hangars 1 bis 3 und Parkplatz P3. Hostels und Hotels Zimmerkontingente. 2.669 Plätze belegt. Verfügbar. 179. Ja, habt ihr gehört. So einfach ist das. Es kann Wohnraum geschaffen werden. Aber nicht für diejenigen, die suchen gerade. Und falls ihr darüber noch mehr sehen möchtet, habe ich vor kurzem bei meinem anderen Kanal, ich sag's dir, darüber berichtet hier. Reihenhäuser für Flüchtlinge. Mache ich euch hinten wieder rein. Könnt ihr euch gerne angucken. Immer mehr Menschen in Deutschland leben in beengten Wohnverhältnissen. Das geht aus einer Antwort des Statistischen Bundesamtes auf eine Frage des Bundestagsabgeordneten und Parteichefin Sarah Wagenknecht hervor. Die in dem Redaktionennetzwerk DeutschlandRND vorliegen. Demnach von der Zeit mehr als jeder zehnte Mensch in Deutschland in einer überfüllten Wohnung. 11,3%. Das sind mehr als 9,5 Millionen Menschen. Und es ist eine erneute Steigerung gegenüber den Jahren 2022 und 2021. Es ist angestiegen von 10,2% 2020 zu 2022 auf 11,2%. Immer mehr. Da hat auch diese SPD ihr Versprechen wiedergebrochen. Im vorigen Jahr war der Anteil der Betroffenen und der Kinder bis 18 Jahren 18,5%, fast 6 mal so hoch wie unter älteren Menschen über 65 Jahren 3,3%. Besonders oft leben Alleinerziehende und deren Kinder auf beängten Wohnraum. Die Überbedingungsquote in Städten ist zudem deutlich höher als in ländlichen Gebieten. Die Behörden berufen sich dabei auf EU-Daten zum Einkommen und Lebensbedingungen. Deutschland. Es ist erschreckend. Werte Bundesregierung. Um das nochmal mit netten Worten auszudrücken, damit dieses Video auch mal grün wird, mal wieder. Wo ist das Problem denn daran, dass man sich erstmal auf den Eid, den man geleistet hat, besinnt und sich erstmal um Deutschland und deutsche Familien kümmert, um die Leute, die in Deutschland leben, die seit Jahrzehnten da sind und Steuern zahlen. Was ist so schwer? Verpulvert doch das Geld nicht irgendwo ins Ausland. Lasst es doch bei uns erstmal. Versucht nicht zu tricksen. Versucht nicht irgendwelche Sachen euch auszudenken, um gegen irgendwas vorzugehen. Versucht doch erstmal euch um die wichtigsten Sachen zu kümmern. Schulbildung, Kitas, Sicherheit. Das sollte doch erstmal im Fokus stehen. Bevor ihr euch darum kümmert, um Genderideologie im Ausland. Oder um Radwege. Oder andere Dinge im Ausland. Ohne Worte, ich bin raus, Leute. Das war's gewesen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne hier bei P-Pol. Macht's gut. Bis dahin. Tschau. 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 Tschau.